Hallo ihr Lieben, zu den aktuellen Ereignissen Ukraine, Russland habe ich viele Anfragen bekommen. Bricht der Dritte Weltkrieg aus? Was ist los? Wie schaut es aus? Ich habe persönlich ein gutes Gefühl. Ich spüre so ganz tief in meinem Inneren, dass es nicht zu einer Eskalation kommen wird. Aber fragen wir Amira. Meine Lieben, es ist ein Phänomen, das euch erfasst hat. Denn wir haben noch nie so deutlich gespürt, dass eine große Wandlung in dem Inneren der Menschen stattfindet. Und viele von euch haben, genauso wie du Lydia, das Gefühl, dass es nicht zu einem Weltkrieg, zu einem großen oder Europakrieg kommen wird. Andere wiederum sind komplett in der Angst, in der Panik. Und da ist eine sehr große Spalte dazwischen. Wie kommt das? Das ist jetzt das, was ich euch erklären möchte. Ich gratuliere all jenen, die sagen, ich bin im Vertrauen. Ich glaube daran, dass es nicht weiter eskalieren wird. Ich glaube daran, dass dieser Konflikt nicht übergreifen wird. Warum? Warum denkst du so? Das ist, weil du schon im Vertrauen bist. Weil du schon in der Energie der neuen Zeit bist. Die Angst ist natürlich berechtigt. Auch all jene, die in dieser Angst sind. Wir verstehen das. Es hat vielen den Boden unter den Füßen weggezogen, buchstäblich. Aber all jene, denen es so ergangen ist, bitte vertraut. Geht zurück in eure Mitte. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Denn ich kann euch versichern, es wird von unserer Seite, von der lichtvollen Seite, von der Föderation, der galaktischen und intergalaktischen Föderation, nicht mehr zugelassen, dass ein Weltkrieg entbrennt und alles in Schutt und Asche gelegt wird. Dieser Krieg wäre das Schrecklichste, was die Menschheit jemals gesehen hat. Denn würden da Atomwaffen zum Einsatz kommen, wäre alles, was ihr jetzt habt, kennt, zerstört. Und das ist definitiv nicht im großen Plan vorgesehen. Ja, es werden noch sehr, sehr schwere Zeiten auf euch zukommen. Die Lebensmittelpreise werden in die Höhe steigen. Es wird alles noch viel teurer werden. Und diese Krise, ja, die steht euch ins Haus. Auch eine große, große Wirtschaftskrise. Das ist leider eine Tatsache. Aber ich kann euch beruhigen. Es wird kein Weltkrieg ausbrechen. Ich möchte noch etwas zu diesem aktuellen Krieg, zu diesem aktuellen Konflikt sagen. Diese Spannungen, die da sind, dieser Einmarsch der Truppen, hat nicht nur den Zweck, dieses Land zu erobern, sondern es ist auch eine Aktion, wo auch viel Struktur aufgebrochen wird, die auch nicht gut für das Volk ist. Es gibt in der Ukraine Mächte, die nicht im Sinne des Volkes agiert haben. Und in diesen Zentren werden auch diese Angriffe gemacht oder wurden gemacht, werden gemacht. Also es ist nicht alles so schlecht, wie es ausschaut. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass sich die NATO da jetzt nicht einmischt, dass die zurückgehalten wird. Da gehen unsere Bestrebungen dahin. Es wurden auch Verhandlungen aufgenommen. So unwahrscheinlich es für euch jetzt klingen mag, aber ihr würdet sagen, Außerirdische haben Verträge eingefordert, haben Verträge mit Regierungsbeamten in Europa, auch in Amerika aufgenommen. Und es sieht auch so aus, als würden sie sich daran halten, dass sie nicht eingreifen. Denn das würde wirklich eine weltweite Folge haben. Und sehr, sehr viel Leid würde entstehen durch diese Einmischung. Und das geringste Blutvergießen, der geringste Schmerz, das geringste Leid ist, wenn da jetzt keine Einmischung ist, dann wird das bald vorbei sein, dieser Konflikt. Und es ist ja nicht so, dass die UdSSR, also Russland, das Volk ausradieren möchte. Überhaupt nicht. Es ist auch das Angebot gemacht worden, legt eure Waffen nieder. Wir werden nicht gegen Zivilisten, gegen das Volk kämpfen. Also diese Angebote sind ja da von Russland. Und wenn jetzt alle vernünftig sind, kann das große Blutvergießen vermieden werden. Wir sind da auch in Verhandlungen mit dem Präsidenten. Also das heißt, obwohl es im Verborgenen ist, diese Verhandlungen mit den Außerirdischen sozusagen sind aufgenommen worden. Wir haben uns jetzt aktiv in das Geschehen eingemischt sozusagen. Mit Zustimmung der göttlichen Quelle natürlich. Wir sind jetzt so als Friedensboten sozusagen auf der Erde. Wir sind stationiert. Wir mischen uns aktiv ein. Aber wie gesagt, das ist im göttlichen Plan. Wir haben dazu das Okay. Und der Intergalaktische Rat unterstützt diese Friedensmission sozusagen. Wir können nicht alles verhindern. Wir können natürlich nicht über den freien Willen der Menschen bestimmen. Das ist auch nicht unsere Absicht, nicht unsere Aufgabe. Aber wir dürfen in gewisser Weise Einfluss nehmen. Alles, was jetzt die Menschheit ausradieren würde, was wirklich zur Apokalypse führen würde, da dürfen wir jetzt gezielt für euch kämpfen sozusagen und Stellung beziehen. Und ich kann euch versichern, bitte bleibt im Vertrauen. Diese Energie ist jetzt so, so wichtig. Und wenn du in der Angst bist, dann bitte geh heraus. Wie ich schon jedes Mal sage, meditiert. Versucht in eurer Mitte zu bleiben. Denn eure Lichtenergie, die ihr dann aussendet, ist so, so wichtig für den Frieden. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir werden Lydia eine Friedensmeditation geben und sie anleiten. Wir werden das Lydia jetzt gleich im Anschluss durchgeben. Und wenn da viele Menschen das gemeinsam machen, dann könnt ihr das sehr, sehr viel bewirken und auch unsere Bemühungen unterstützen, dass es dann nicht zu weiteren Eskalationen kommt, zu übergreifenden Eskalationen in andere Länder kommt. Also ich bitte euch alle, macht da mit. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Denn euer Geist, euer Bewusstsein kann mehr bewirken, als ihr euch nur vorstellen könnt. Und wir müssen jetzt gemeinsam, das heißt, ihr Menschen guten Willens, ihr Menschen, die für den Frieden seid. Und auch wir bekommen dadurch mehr Ermächtigung, mehr Zugeständnisse. Wir dürfen mehr freischalten. Wir dürfen mehr aktiv dann eingreifen, wenn eure Energie da mitschwingt. Und gemeinsam können wir da verhindern, dass es zu Übergriffen in andere Länder kommt, dass sich die Länder andere Länder zu sehr einmischen und dass das Ganze nicht eskaliert. Ihr müsst wissen, sehr viele Ukrainer, sehr viele Russen sind wirklich gute Freunde untereinander. Und die wollen das auch nicht. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele, die den Frieden möchten, auch in den Ländern. Und denen werden wir auch unsere Kraft, unseren Segen schicken. Also ich bitte euch mitzumachen und bleibt im Vertrauen. Ihr habt mächtige, wirklich mächtige Helfer an der Seite. Und ihr müsst wissen, dass die Föderation nur in äußersten Fällen eingreift, sehr selten eingreift. Das kommt nicht häufig vor. Aber jetzt in dieser Übergangszeit haben wir das okay, dürfen wir das. Und wir sind an eurer Seite. Ich ziehe mich jetzt zurück. Alles Liebe, eure Amira.